Jo Leute, hallo und herzlich willkommen zu unserem Gewinnspiel-Auslosungsvideo, so nenne ich es jetzt einfach mal. Jo, ich habe noch eine kleine Ankündigung vorher zu machen, bevor wir zur Auslosung gleich kommen. Ich dachte mir, erster Platz, zweiter Platz ist ein bisschen langweilig, wenn die beide nur einen One Smoke kriegen. Deswegen würde ich gerne mit dem ersten Platz auch noch einen Tonkopf und einen Kamin drauflegen. Und jo, der zweite Platz kriegt immer noch den One Smoke natürlich und der Lucky Loser auch seinen Shisha King Tonkopf mit Kamin. Nur halt der erste Platz kriegt dann noch ein kleines Gimmick obendrauf. Und dann würde ich sagen, nicht lang schnacken, starten wir gleich mal das Video hier, die Bildschirmaufnahme. Ihr seht mich dann von der Seite und dann bis gleich. So, legen wir gleich los, laden wir uns mal hier den YouTube Random Comment Picker. Der sollte euch vielleicht bekannt vorkommen, wenn ihr den Shisha Schmitty auch verfolgt. Der benutzt das Teil nämlich auch immer. Jo, dann kopieren wir uns hier den Link raus. Fügen den hier ein. Laden die Kommentare. Ihr habt ja fleißig kommentiert, sehr schön. Das hat uns wirklich gefreut. Und dann würde ich sagen, ziehen wir gleich mal den ersten Gewinner. Und das ist auch gleich der erste Platz. Der da wäre... Dogcrafter HD. Hashtag OneTeamOneSmoke. Sehr schön. Herzlichen Glückwunsch an dich. Du hast den ersten Platz geholt. Damit einen OneSmoke und einen Tonkopf mit Kamin aufsatz. Ja, den werden wir uns gleich mal hier rauskopieren. Auf diesem Kanal gibt es keine Inhalte. Egal. Dich abonnieren wir trotzdem. Gut. Du kannst dich dann bei uns melden. Am besten per Mail oder bei YouTube. Irgendwie schreibst du nochmal einen Kommentar. Dann machen wir uns ab mit deiner Adresse. Auch für die anderen dann irgendwie uns kontaktieren, damit wir euch das zuschicken können. Und dann ziehen wir mal gleich den zweiten Platz. Die Expert. Hashtag OneTeamOneSmoke. Sehr schön. Auch an dich. Ich probiere uns auch mal raus hier. Jawohl. Videos, die ich mag. Dich abonnieren wir auch gleich mal. Herzlichen Glückwunsch. Du hast den zweiten Platz. Also auch ein OneSmoke. Und der Lucky Loser in unserem Gewinnspiel ist der oder die Gianni. Gianni. Ich weiß es nicht genau. Hashtag OneTeamOneSmoke. Für dich gibt es den dritten Platz. Also den Kamin mit Tonkopf dazu. Ja. An alle Gewinner. Herzlichen Glückwunsch. Das war's. Kontaktiert uns. Auf welchem Weg auch immer. Ihr könnt auch bei Facebook schreiben oder bei Instagram. Wie es euch lieb ist. Dann melden wir uns. Und dann tauschen wir Adressen und so weiter und so fort. Schicken wir euch das Teil zu. Ja. Dann habt noch einen schönen Abend. Und wir hoffen natürlich, die nächsten Gewinnspiele, die wir starten, werden auch so erfolgreich. Macht's gut. Ciao, ciao.